Also danke, hast du Arbeit für mich? Vielleicht. Hast du einen Neonenblaster? Jemand muss ein Versteck für mich plündern, aber ohne den kommst du dann nicht rein. Ähm, ich kann meinen Blaster umbauen. Mach ich seit Jahren so. Ich brauch nur die Teile. Weißt du was? Ich hab einen Kontakt, ein Pantoraner namens Belo. Hat einen Laden in der Nähe. Ich sag ihm, dass du kommst. Wirklich? Ich meine, danke, danke. Ja, ja. Wenn der Blaster funktioniert, melde dich. Okay. Ich bin nicht die Einzige, die Aufträge vergibt. Bleib ruhig, hör dich um. Hier findet man eigentlich immer was. Ich habe die Feste. Hey, bist du Belo? Danke, schickt mich. Ah, ja. Ich hab gehört, dass du kommst. Willkommen. Toll. Und ähm, hast du ein paar Iongehäuse für Blaster? Bist du neu in der Gegend? Sowas ist illegal. Nur die Syndikate haben solche Geräte. Oh, alles klar. Wacker, ich brauche was, ähm, Inoffizielles für meinen Blaster. Äh, äh, das, was du stehlen müssen. Entweder von den Pikes oder Crimson Dawn. Wenn sie dir vertrauen, lassen sie dich auch in ihr Gebiet rein. Aber wenn nicht... Dann still und heimlich, verstehe. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Sie wissen, wie das läuft. Dann still und herrscht. Ja, wir sind jetzt hier. Oh, alles klar. Oh, alles klar. Halt! Sie werden das 6-malig! Die 3-malige Angebote! Bitte! Ich strenge mich mehr an! Bei uns gibt es keinen Zugang! Wir haben heute unschlagbare Angebote! Schau dir doch mal zu! Du lebst in der Verkappenheit! Genau wie ich war! Ernsthaft! Wir wissen doch beide! Das ist auch so schade aus! Das muss Crimson Dawn Territorium sein! Was darf es denn sein? Das ist sie! Keine Sorge! Sie ist ein Auto! Sei doch nicht so laut! Sie kommt jetzt hier an! Schauen wir mal! Was war das? Was? Das war im Geräusch im Lagerraum! Sollen wir nachsehen? Auf keinen Fall! Elira hat der Saktion! Ich hoffe, es wird wieder mehr zerstört! Nässt du den Flachen? Okay! Hey, Wacker, wo lagert Crimson Dawn wohl ihre Blaster-Teile? Ich hab gehört, die haben ein ganzes Lagerhaus voll mit Diebesgut. Wenn das stimmt, dann werden die Teile wohl dort sein. Ich sollte zuerst mal auch nicht hier so Zeit für die Besprechung haben. Was war das? Verzieh dich von hier! So lästig. Hallo. Mach doch, was du willst. Geht mich ja nichts an. Es war so leicht. Wirklich? Das war bei Macal. Ein paar Komplimente und schon fing er an, über ihre nächste Gewürzlieferung zu reden. Wirklich? Dann können wir sie vorher abfangen. Allerdings musste ich das Aufnahmegerät unterm Tisch lassen. Solange der mich im Blick hatte, konnte ich es mir nicht holen. Das ist vielleicht auch gut so. Wenn der weiter plaudert, finden wir vielleicht noch mehr raus. Ich hole es bei nächster Gelegenheit ab. Verschmelz mit dem Schatten, Nix. Verschmelz mit dem Schatten, Nix. Untertitelung des ZDF, 2020 Nix, den Hebel Nix, den Hebel Nix, den Hebel Nix, den Hebel Ja, weil Nix, den Hebel 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 Nix, den Hebel